Hallo und Willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns wieder mal den guten alten Fortnite-Killer an. Steht da Live-Übertragung? Nein, ich meine, warum sollte Live-Übertragung stehen, wenn du Livestream machst? Der war ein mega schöner Kampf mit ihm, also echt. Da muss man einfach mal Props an ihm geben, wie gut er an dieser Stelle ist. Und schaut es euch einfach selber an. Ich meine, das ist jetzt das Best-of im... Es ist einfach Best-of. Die besten Szenen. Gönnt es euch. Digga, was ist er für ein Schwetter, Digga? Digga, wie lebt? Siri, äh, hast du den? Oh, Digga, ihr kleines Schwetter. Wollt ihr jetzt stressen mehr, oder was? Oh mein Gott, ich kriege ihn, ich kriege ihn, ich kriege ihn, ich kriege ihn, ich kriege ihn. Oh mein, F***! Haha, du bist ein Asch, Lorin. F*** off! Hä? Das ist für zwei Arreia! Ich glaube, er hat... Ich glaube, er hat keinen Schuss getroffen. Ich bin hier dran. Mann dieses Schwetter, Digga! F*** dich ihr laws, Digga! Mann für die Köden! Also ge... Es wird hier verknackt! Hä? Oh my god! Er macht den Kiel! Nice. Ah, Zimpenja! Ah, Zimpenja! Ja, moin! Er war eigentlich nur auf der Krupp, der kleine Rassist. Alles klar! Mal kurz Will-Talk, das sagt man einfach nicht. Also Leute, hier sind wir richtig ins Wetter, also ich glaube entweder ich schlecht oder... Ja, er hat selber gesagt. Fuck nein! Wir sind richtig ins Wetter, die da. Also entweder bin ich schlecht oder... Es gibt gar kein Oda. Ist das richtig? Ich glaube schon. Würdet ihr denn behaupten? Und jetzt fragt er, was würdet ihr denn behaupten? Ja, du hast es ja gesagt. Ich sag dir nichts mehr dazu. Da, 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 da. You know I'm a bad with the D.O.E. Yeah, yeah, yeah! You know the West Coast is back for all you suckers! Come on! Come on! We slicked! We slicked! We slicked! We slicked! We slicked! We slicked! Me slicked! Toi, Jodi! Blöd, schädt nach oben, blöd! In der Tat... So meine lieben Freunde, ich bin gleich wieder runter und nicht auf den Fall weg, dann f*** mir Deutschland! Ist ihm eigentlich bewusst, dass der live ist? Warum sagt man so, dass es in den Fragen live streamen? Also Leute, also ich glaube, das ist ein richtiges Wetter, irgendwie habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall mache ich jetzt nur noch nicht für's Payback. Und ja, ich würde mal sagen, dann nehme ich mal los, warum nicht Payback? So iso, 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 so iso System, iso, essere, isto, essere!